Hallo und herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits die Winkelfunktionen kennen und auch der Kosinussat sollte dir ein Begriff sein. Du solltest wissen, wo du den Kosinuss im Einheitskreis findest. Wir brauchen das nämlich für dieses Video, denn das Ziel ist heute die Vektorwinkelformel. Es geht also um das Fenster Vektorwinkelformel vom Arbeitsblatt Vektorrechnung im Raum. Die Vektoren V und W sind mit dem gleichen Anfangspunkt, hier blau eingekreist, eingezeichnet. Für den eingeschlossenen Winkel Phi gilt, dass der Kosinuss von Phi gleich dem Produkt von V mal W dividiert durch der Länge bzw. Betrag von V mal Länge bzw. Betrag von W ist. Nochmal kurz zur Erinnerung, angenommen der Vektor V mit den Komponenten V1 und V2 und die Länge bzw. der Betrag dieses Vektor V wird berechnet die Wurzel aus der ersten Komponente zum Quadrat plus der zweiten Komponente zum Quadrat. Wie in der Ebene gilt für den Winkel Phi also auch im Raum diese drei Fälle. Das heißt, wenn dieser Winkel Phi größer gleich 0 und kleiner 90 ist, das heißt, angenommen dieser beliebige Punkt P liegt in diesem Bereich hier, dann haben wir einen Spitzenwinkel. Das heißt, der Kosinuss von Phi ist größer 0 und somit auch das Skalarprodukt von V mal W muss größer 0 sein. Ist der Winkel Phi gleich 90 Grad, dann ist der Kosinuss von Phi 0 und somit auch das Skalarprodukt von den Vektoren V mal W gleich 0. Und der dritte Fall, wenn Phi größer 90 Grad ist und kleiner gleich 180 Grad, das heißt, dieser Punkt P liegt in diesem Bereich hier, dann haben wir einen stumpfen Winkel und der Kosinuss von Phi ist kleiner 0 und somit auch das Skalarprodukt von V mal W ist kleiner 0.